Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge South Park The Stick of Truth. Nachdem wir in der letzten Folge ja mit unserem Abenteuer in die Annalen eingegangen sind, werden wir diesmal tatsächlich versuchen zum bösen Kleid zu kommen. Ich habe neue Nachricht vom Froschkönig. Gegrüßt sei der König der Analfreuden. Das ist ja sehr nett von dir. Mal gucken, was die anderen hier dazu zu sagen haben. Es wird alles total wert, wenn wir den Stab zurückkommen. Ja, es geht um den Stab. Wenn du noch einmal in den Stab zurückkommen möchtest, einfach mal. Du bist ein besserer Mann als ich, neuer Kind. Du bist ein besserer Mann als ich, neuer Kind. Es wird alles total wert, wenn wir den Stab zurückkommen. Okay, wir werden gucken, dass wir Richtung Stab kommen. Hier kommen wir nicht hoch. Obwohl, vielleicht kann ich ja tatsächlich hier hochgehen. Oder? Nein? Darf ich nicht? Gut, dann werden wir einfach mal hier reingehen. Okay, unten Schlacht ohne Ende. Da tobt der Krieg vor sich hin. Gut, das heißt, das kriegen wir nicht kaputt. Hier können wir noch ein paar Banner zerstören. Komischerweise hat die Kiste so ein graues Feld vor sich. Warum, weiß ich nicht. Ahem, vielleicht können wir sie einfach zerstören. Upsala, das wollte ich nicht. So, nein, wir können hier nichts zerstören. Also auf. Zum König des Bösen. Böse, du glaubst, du könntest die Stab von der Schmerzen. Clyde, weg von diesem Stab. Oh, aber ich habe noch meine Armee zu bequeren. Du hast gekommen, um die Kraft der Schmerzen zu bequeren. Stab, Clyde, du hast keine Ahnung, was diese Stab ist. Ja, ha, es ist Green Sauce von Taco Bell. Ich habe es von der Konstruktion Site. Dude, das ist nicht Taco Bell Sauce. Dann warum ich es bei der Taco Bellen finde? Es lebt aus dem UFO, Clyde. Es ist Toxic Goo von einer anderen Galaxie. Think about es. Since wenn does Taco Bellen haben eine Green Sauce, du? Actually, seit über ein Jahr ago. What? Taco Bellen hat Green Sauce, jetzt. No way. Sie haben es länger als ein Jahr. Ich habe immer immer Spice Green Burritos. Ja, no, ich bin in den Packen. Sie haben einfach in den Packen. Wie, wie, ich habe ich es vergessen? Haha, ich bin so foolish, jetzt bin ich. Das bedeutet, du hast Taco Bellen Sauce, du f***. Ja, Clyde, warum das das sch*** ist glücklich? Vielleicht weil der drei Variationen von Chilli Peppers. Just give us a stick, a**hole. Oder was? Du beat me up? Haha, ich habe noch eine Überraschung für dich. Nein. Oh mein Gott. Nein. Der gute alte Chefkoch. Der gute alte Chefkoch. Warum ist jeder, wie du dich liebst? Du sprichst nicht sogar. Ach du liebe! Ach so, verdammt. Ich wollte eigentlich was anderes tun. Aber gut, jetzt wissen wir schon mal, dass wir ihn nicht stunnen können. Jimmy, mein Freund, was kannst du denn Gutes? Okay, probieren wir den braunen Ton. Und jetzt ist unsere Note für eine sauer Stimme. Wow, was ist der effektiv Target? Oh mein Gott, der tut mir aber ganz schön weh. Ich brauche direkt schon einen Heiltrank. Ach so, ich bin ja angewidert. Verdammt. Äh, das ist gar nicht gut. Ja. Jetzt machen wir die Beschneidung. Oh, die ich leider versammelt habe. Ähm, ich brauche aber... Jetzt kann ich heilen. Ich bin nicht mehr angewidert. Sehr gut. So, Jimmy, mein Freund. Lied der Buffs. Jimmy singt ein Lied, das Feind geschwächt, aber die Gruppe stärkt. Jawohl! Und jetzt auf meine nächste Reihe. Sehr gut geblockt. Und somit werden wir uns mit der Davidschleider versuchen. Verdammt, ich bringe dich zurück, um diese Scheiße zu töten. Scheiße! Boah, der hat aber auch Leben. So gut, was haben wir hier? Ein Power-Akkord, was macht der? Äh, ich weiß es nicht, wir versuchen es mal. Schau, und bleib am Azt. Nice. Gut, wir haben keine MP mehr, leider. Also müssen wir einen normalen Angriff wagen. Okay, ein Machtrank wäre gar nicht verkehrt. Ich glaube, der lädt irgendwas auf, das gefällt mir nicht. Ich bekomme extra Targen. Nun gut. Eine weitere Beschneidung? Warum nicht? Jimmy singt Feinde in den Schlaf und findet, dass sie etwas tun können, wird bis sie Schaden nehmen oder von selbst aufwachen. Okay, das ist so gut, oder? Okay, das ist so gut, oder? Mein Vater, meine Slaven, hat das gebaut, und meine Slaven... Okay, dann müssen wir schnell sein. Close your eyes, no more thinking about, thinking about travels. Sleep now with Jesus. Okay, das ist... ...interessant gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Hold on, oh mein Gott, oh mein Gott! Kinder, was habe ich 그대로 fundamentiert? Shit! Ist das du oder neue Schrift? Geh auf! Der Steck gibt mir Invenzibilität! Jawoll, singen wir doch mal ein Lied! Time to warm up the crowd! There once was a maiden from Sto... 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 Stoneberry, hallo! She didn't talk much, but boy did she... Boy did she... Swallow! I had a nice lance that she sa... sa... Set up her! The maiden from Stoneberry, who is also your mom! Wow, I want a group of accordions! Jawoll! Hey, I raised you from the dead, you have to obey! Oh, baby! Nein! Ha, 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 ha! Oh! Okay, Jimmy ist angewidert, das gefällt mir gar nicht. Wir werden ihm einfach... Ne, wir können ihm jetzt... Gutes tun. Aber wir brauchen selber einen Machtdrank. Wir versuchen uns dann mal am besten vielleicht mit den Plagen... Ja, um ihm noch mehr negative Effekte draufzuspulen. Ah, verdammt, das reicht nicht. Da hätte ich vorher dran denken müssen. Gut, eine weitere Beschneidung. Scheiße! Gute! Ich bin immer noch angewidert, ja. Hm, ein normaler Angriff bitte! Ah, Dado! Okay, Chefkoch lädt wieder auf, das gefällt mir auch wieder überhaupt nicht. Stopp wie ein Hitler und töte diese Böse! Und machen jetzt unsere Plage. Ach du Leber! Autsch! Okay. Ein Powerclaw, bitte. Und... Einmal draufschießen. Okay, einmal vorsichtig. Du kannst mich nicht. Ich bin sorry, Bart. Er ist tot, aber ich glaube nicht, dass er ziemlich nicht tot ist. Gut. Eine weitere Beschneidung, um die Rüstung noch mehr zu reduzieren. Du kannst nicht reden, du sprichst gar nicht. Ein AP hat er noch? Jimmy, mein Freund, das schaffst du. Kinder, alle, ich bin zurück! Enough of this! Nein! Ha ha ha! Burn them! Burn them all! Wir mussten Chefko rausschalten. Wir hatten keinerlei... Ich bin schaffst du. Ihr eons of torment are at an end, ruler of darkness. Okay, um... wir müssen uns aufschaffenen, um... Ich bin schaffst du! Ich bin schaffst du! Wir haben ihn! Wir haben den Dragonborn! Wir haben den Dragonborn! Wir haben den Dragonborn? Wir haben den Dragonborn! Wir haben den Dragonborn! Was ist der Dragonborn? Ist das was du sagst, was du dein Name war? Warum nicht du sagst, dein Real Name, Dovahkiin? Du wirst nicht erinnern, hast du, wie wir versucht, dich zu finden? Schau, dieser Stick belongs mit den Fighters of Zahran. Gib ihn zurück. Fighters of Zahran? Jungs, was passiert hier ist viel mehr komplexer als das. Das ist nicht die erste Mal ein UFO hat auf der Erde geflogen. You see, in 1947, a UFO crashed in Roswell, New Mexico. Oh, Gott. Oh, brother, spare us. Hang on a sec. A UFO crashed in Roswell, and a new government agency was created to investigate the paranormal. Our agency. Can we skip this? Like, hit the skip button or something? Oh, you don't want to skip this. Yes, we do. Whenever aliens are spotted, vampires run amok, our agency is there, and we have never lost a fight. That is, until four years ago, when we investigated a child. Yon, yon, yon. A child who had an unnatural power inside him. I had orders from the president to secure the child so that we could harness his powers before our enemies could. But he slipped through our hands. The government wants the new kid for his farts? That's dumb. His farts? No. His amazing ability to make friends so quickly on any social network. Before he was five years old, he had 3.2 billion friends on Facebook alone. Do you have any idea the power that kind of gift yields in today's world? It's time to come with us, Dovahkiin. Time to stop resisting and use your gift for your country. Is he really still talking? Are we so different, you and I, Dovahkiin? You have to do what the government tells you to do, just like me. We're all just pawns in their game. I'll admit, you are fascinating. You have more power than any child I've ever come across, and yet, all you seem to really care about is this. It must be very important. What does it do? Whoever controls the stick, controls the universe, dumbass. Yeah, stupid. Controls the... But then, I wouldn't have to do what I was told anymore. I could... I control the universe! Get back! Back, I say, all of you! I can do anything! Anything I want! I don't need you anymore, new kid! I control the universe! Lauter verrückte hier. Damn thing! How does it work? Show me how it works! Yeah, right! Dovahkiin, why should we be on the opposite sides? Join me, Dovahkiin. Rule by my side. Rule! And you can have this all to yourself, forever. I can offer you all! Just get me safely out of here! You can rule with this, once again! You underestimated the character of the fighters of Zoran. What binds us is more than that relic. And you failed to recognize the character of our alliance. Yes, and that friendship is more important to any of us. Than even the stick of truth. Dude, where are you going? Princess Kinney! At least one of you has some sense! You'd sell us all out? But why, Princess Kinney? Because Princess Kinney was born a half-orc, whose entire village was wiped out by humans and elves. Morgan Freeman? You see, when humans and elves lived together in the forest of Hollow Falls, an elven queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the stick of truth. They loved in secret and had a child, a beautiful little girl, a girl who watched as everyone she loved was killed in cold blood. And that is why she waited, and plotted, all this time, to take the stick from you. For Princess Kinney is true heir to the stick of truth. Wow, that's pretty cute. Just one thing, Morgan Freeman. How come every time something convoluted needs explaining you show up? Because every time I show up and explain something, I earn a freckle. Happy documents. No! 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 Oh no! Princess Kinney! Come back here! Janet! Hey, it's cool. Also 20% Schaden, man brennt. Du erhältst 5 EP, wenn du Schaden erleidest. Feinde, die im Nahkampf angreifen, erleiden bis zu 100 Schaden. Gesegnete Robe, gefüllt mit einer heiligen Macht. Du erhältst 25% weniger Schaden, wenn du blutest. 25% Schaden, wenn angewidert. Und die Ringe, ein heiliges Artefakt, das zeigt, dass du menschlichster aller Menschen bist. Du der menschlichste aller Menschen bist, natürlich. Heiliges Blut, 20% plus Schaden, wenn blutend. Und 50% Heiligschaden bei perfekten Angriffen. Also plus 50 Heiligschaden. Interessant, würde ich einfach mal so behalten. Den David Morgenstern, eine passende Waffe, um Goliath zu erschlagen. Perfekter Angriff treffen das Ziel und ein Feind dahinter. Fügt 25% mehr Schaden zu, wenn du unter 25% Gesundheit bist. Folterstärke, plus 15% Schaden pro Debuff bei dir. Auch, ist ganz cool eigentlich. Aber, äh, bei der Waffe bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Da sind wir eigentlich fast besser mit dem Katana dran. Das werde ich auch behalten. Aber ansonsten würde ich einfach mal so die Rüstung anlassen, wie sie ist. So, jetzt heißt es konfrontiere Kenny. War das ein Wort? Das werden wir natürlich auch tun. Aber so leid es mir tut, das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin müsst ihr leider gespannt bleiben und schaltet wieder ein, wenn es aufgeht. Zu Kenny, dem rechtmäßigen Erben des Stabs der Wahrheit. Macht es gut. Tschau. Tschau. There once was a maiden from St-St-St-St-Stone-Stone-Stone-Stoneberry. Hallo. She didn't talk much, but boy did she sw- Boy did she- Swallow. I had a nice lance that she sa- Sa- That she sa- Set up her. The maiden from Stoneberry who is also your mom. Bye. Bye. Vielen Dank.